Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist ein Schuss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Nächster Halt, die Dorf, Ausstieg auf der rechten Seite. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Was ist denn in München? 20.51 Uhr. 12 Uhr hat es ja voraussetzungen. 20 Uhr kommt der Drecks ECE. Nächster Halt Neussis. Ausstieg auf der rechten Seite. 20 Uhr. 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 Es kommt nach Augsburg. Noch ein bisschen spotten. Kannst du auch in München? Ja. Kannst du auch in München spotten? Augsburg spotten. 21.07 Uhr. Das ist viel zu lange. Ich muss irgendwann nach Hause. Ich hab noch eine Schule. Ja, ich auch. Das geht nicht. Naja. 20.07 Uhr wäre auf jeden Fall kein Problem gewesen. Da hätten wir einfach einen AE9 genommen oder RB87 oder so. Aber 21.07 Uhr ist ein bisschen zu spät. Dann fahr ich gleich von Augsburg an. Gibt es keine RB nach Kaufering-Glansberg? Ja, schauen wir mal. Die sind voll. Was? Echt? Ja, um die Uhrzeit ist die letzte. Achso, okay. Nach Buchlogie. Was hättest du nach Buchlogie? Von R17. Ah, fährt der. Sehr gut. Drei facher 6 bis 12 Uhr. Okay, gut. Schön mit neigen Zeichen Technik. Ich fahr direkt. Sie geht doch in die Stelle. Dann, vielleicht trage ich ja einen Gabenklass. Ich gehe jetzt auf die Toilette. Ist es wieder so? Es gibt so gleiche Pausen. Ich gehe jetzt auf die Toilette. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nächster Halt Augsburg-Oberhausen, Ausstieg auf der linken Seite Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin da so sehr, sehr dukeletze aus. Ich bin da so sehr, sehr dukeletze aus. Augsburg Oberhausen. Nächster Halt, Augsburg Hauptbahnhof. Nächster Halt, Augsburg Central Station. Nächster Halt, Augsburg Central Station. Siehst du ja, bevor die Bahn der BRB ist? Was? Euch? Ja? Dann wünsche ich noch einen schönen Tag mit euch. Und eine schöne Fahrt in der BRB. Dann wünsche ich noch einen schönen Fahrt in der BRB nachher. Sechs Euro, ne? Genau, sechs Euro. Spaß. Okay, safe, genau. Da haben wir zu. Eigentlich schon am Ende. Ja, okay. Wahrscheinlich erst morgen. Echt? Okay. Noch eine kurze Erinnerung zu unserem Zug. Da haben wir jetzt hier in Augsburg mit einem 2-1-Zug. Sehr gut. Schönen Tag mit euch. Ich schien doch weiter mit euch. Oder morgen. Schauen wir mal. Ich glaube nicht, dass ich morgen kann. Aber wir schauen mal. Ich glaube nicht, aber bis Freitag. Auch das kommt in diese ORC hin. Dann natürlich schon. Aber wenn er leer ist. Auch das kommt in diese ORC hin. Dann kommt ich mit in euch. Nur wenn er leer ist. Fährst du hier irgendwo hinten mit euch? Nö, nö, nö. Dann schicke ich deine Foto. Nur diese ORC. Tschüss. Tschüss. Was? Ja. 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 79. Aber eh geil, dass er noch nicht das grelle Licht angemacht hat. Sondern das normale hat. Das ist gut. So, du hast hier gar nichts gesehen. Was? Das ist die RB9 von Augsburg nach Ulm. Ne, von Augsburg nach Ulm. Das ist nicht aus München. Der ist ja komplett leer. Dann bin ich hier vor. Auch da. Da gesehen bin ich für meinen Reikon. Wahrscheinlich ein Ansatzar? Ich kann mirkur um das Thema, wenn ich ja auch's war nicht ambitious. Irgendwo in meiner Reikon ist zu viel Zeit lang." B ط則 in der Laufエ limits.